Von Zeit zu Zeit gibt es Filme, die man nie vergisst. Wissen Sie, was heute für ein Tag ist? Heute ist Mittwoch. Heute kann alles passieren. Was Johnny betrifft, interessiert mich nur eins, ob er noch lebt oder ob er tot ist. Und was soll ich rauskriegen? Kriegen Sie es raus. Wer sind Sie? Ich lasse mich dafür bezahlen, dass ich herumschnüffne. Ich habe Sie gefragt. Wo ist er? Ich weiß nicht. Harry Angel wurde engagiert, um mehr zu lösen als ein Rätsel. Er ist tot, Mr. Angel. Selbst wenn er noch lebt, für mich ist er tot. Haben Sie Angst? Ja, ich habe Angst. Um mehr zu finden als einen Mörder. Wir ziehen nicht durch die Gegend und bringen Leute um, Mr. Angel. Der Fürst der Finsternis beschützt die Mächtigen. Gehen Sie an, ich glaube solchen Schwansch! Und es kann ihn mehr kosten als sein Leben. Es gibt Religionen, die halten das Ei für ein Symbol der Seele. Ich weiß nur eins. Johnny läuft herum und mochst jeden ab, den er mal gekannt hat. Und dabei komme ich selber immer mehr in seine Schussel. So nah wie Johnny kann kein Mensch dem wirklichen Bösen kommen. Der Tod ist heutzutage überall. Sie haben ihn umgebracht. Jetzt hängen Sie den Mord mir an. Das Fleisch ist schwach. Nur die Seele ist unsterblich. Haben Sie ihn umgebracht? Wer bin ich? Ich weiß, wer ich bin! Dafür wirst du brennen, Angel. Dafür wirst du brennen, Angel. In der Hölle, 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 Hölle! Mickey Rourke ist Harry Angel. Er ist auf der Suche nach der Wahrheit. Beten Sie, dass er sie nie erfährt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017